Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das war gar nicht geplant. Überhaupt nicht. Das war nicht geplant. Was machen wir denn jetzt bloß mit den beiden? Töten? Sie sind tot. Vielleicht sollten wir uns einfach stellen. Tesseln und knebeln wir sie. Sobald wir anlegen, schleichen wir uns heraus. Und wir töten sie. Töten? Sag mal, drehst du jetzt vollkommen am Rad? Ich will mein neues Leben nicht als Mörder beginnen, verdammte Scheiße. Allein schon diese ganze blinde Passagiersache ist doch... Oh, bei den Göttern. Warum kann denn nichts in meinem verdammten Leben mal nach Plan laufen? Fesseln. Wir müssen sie fesseln und knebeln, das ist es. Der eine hat doch gesagt, dass es nicht mehr lang bis zur Ankunft ist. Mit etwas Glück bemerkt bis dahin niemand, dass sie fehlen. Komm, hilf mir suchen. Irgendwo muss ja hier ein Seil oder sowas rumliegen. Und ich dachte, wir hätten das gröbst überstanden, nachdem wir es an Bord geschafft hatten. Tja, so kann man sich täuschen. Ich bin immer noch für Töten. Ich glaube, wir werden keine besten Freunde, oder? Wie lege ich meine Waffe zurück? Okay, das ist automatisch laufen. Ähm... Kann ich das nicht irgendwie... Nein. Äh... Zielen wegstecken. Äh... Wir suchen also ein Seil. Uh... Ah, fast ist leer. Was ist eigentlich mit dir? Hast du ein Seil dabei? Oh ne, aber deine Sachen nehme ich gerne. So. Hörst du halt nicht noch deine Sachen an. Äh... Egal. Jetzt ist es meins. Jetzt kann ich das anziehen. So, was ziehen wir uns an? Äh... Kleidung, Tonika... Haben wir auch Kleidung, ne? Ja, sehr schön. Ah, das sieht noch ein bisschen zerfetzt aus. Tonika... Kleidung... Äh... Äh... Achso, ich hab getauscht. Kleidung. Ja, wo halten wir mal die Kleidung? Ich weiß auch, was das Rissen ist. Wir suchen also ein Seil. Huch! Arme, verirrte Seelen. Die Wahrscheinlichkeiten haben sich gegen euch gewandt. Was zum... Äh... Wer seid ihr? Mein plötzliches Erscheint verwirrt euch, aber meine Identität ist nicht von Bedeutung. Ihr, lieber Sirius, seid es diesmal leider auch nicht. Was? Scheiße, erzählt niemandem von uns, bitte! Wir wollten doch niemandem etwas Böses. Diese Kerle sind einfach... Ihr bittet mich, euch nicht zu verraten, weil ihr nichts Böses im Sinn hattet. Und ich glaube euch. Aber leider werden meine Taten nicht von Mitgefühl bestimmt. Der erste Flügelschlag muss geschehen, damit sich die Wahrscheinlichkeiten fügen können. So, wie sie es schon immer tun. Seit ihr jung. Es tut mir leid, Sirius. Tja, du bist tot. Nein! Was? Wieso, ich auch? Ich hab gar nichts gemacht, ich wollte sie töten! Was tut ihr da? Oh, sie ist weg. Ich will diese Mütze, ich seh's jetzt schon. Ich will sie. Daraufhin habt ihr die beiden verprügelt. Und als ihr sie fesseln wolltet, ist plötzlich eine... Verschleierte Frau aufgetaucht. Und hat euch mit Wildmagie überrumpelt. Richtig? Ja. Ich weiß, es klingt verrückt, aber so war's. Bitte, Madame. Wir... Wir hatten einfach keine Wahl. Das müsst ihr uns glauben. Der Krieg ist... Wir wollten doch einfach nur etwas Frieden. Und eine zweite Chance, mehr nicht. Frieden. Ja, ich verstehe. Ihr wolltet ein neues Leben in einem neuen Land. Und da mein Schiff das einzige ist, das seit den Kriegen überhaupt noch so weit fährt, Wart ihr frömmlich gezwungen, ohne Bezahlung mitzufahren? Ja. Wir... Wir könnten für euch arbeiten, Madame. Das Deck schrubben, Kartoffeln stehen, irgendetwas, wie wir unsere Schuld abbezahlen können. Und wenn wir erstmal... Wirklich, wirklich herzerweichend. Aber seien wir doch mal ehrlich. Ihr hattet sehr wohl eine Wahl. Ihr hättet bei mir anheuern können, wie die anderen auch. Aber das habt ihr nicht getan. Stattdessen habt ihr euch in meinem Schiff eingenistet wie die Fleischmaden und auf den Schultern meiner Mannschaft ausgeruht. Und jetzt... Jetzt erzählt ihr mir irgendeine Scheiße von verschleierten Frauen und Wildmagie? Sagt mal, für wie dämlich haltet ihr mich eigentlich? Ich kenne eure Sorte. Ihr seid ehrlose Halsabschneider, Straßendiebe, nichts weiter. Habt wenigstens den Schneid und steht dazu. Was? Nein, wir... Ihr täuscht euch! Bitte, lasst mich erklären! Und ihr werdet... Eure Erklärung interessiert mich so viel wie ein Stück Dreck unter meiner Stiefelsohle. Richte ihn auf, Ruga! Aber Herr, Sie, tu es! Jawohl. Tut mir leid, Junge. Ihr hättet in Nerim bleiben sollen. Aber... Was? Aber... Aber das könnt ihr doch nicht tun! Oh doch! Das kann ich! Nein! Bitte... Oh ja! Wir waren sowieso nie einer Meinung! Na, sieh mal eine an! Da ist jemand aufgewacht! Fesselt sie an ihren Kumpanen und dann schickt sie zu den Fischen! Und zwar schnell, bevor mir schlecht wird! Viel Spaß in eurem neuen Leben! Oh! Ich hab doch gerade erst angefangen! Seit knapp zwei Jahren wird Ederel von einer seltsamen Krankheit heimgesucht, die im Volksmund die rote Wahnsinnskrankheit genannt wird. Atme! Was bedeutet schon Zeit, um den Tod zu verbinden? Drehend, 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 drehend. Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Was? Wo bin ich? Verlasse die Zwischenwelt, indem ihr das Talent Meditation mit P ausführt. Aha, hier ist Y. Was ist das hier? Wenn ihr beim Glücksspiel Geld an euren Gegner verliert, so wird dieser nur ein Teil davon beim Heimweg bei sich tragen. Ist ja gemein. Ich kann sie alle gar nicht beklauen. Oh Mann. Sie sind auf jeden Fall schlauer als Ubisoft. Gestartet. Es beginnt mit den Träumen. Was ist mein Freund? Oh nein. Ein neuer Traum. Ach Gott. Ernsthaft? Kann ich laufen? Lest euer Tagebuch mit J oder öffnet es im Statusmobil mit H. Syrius ist tot und ich lebe. Ich schreibe diese Worte, aber ich weiß nicht, ob ich mir ihrer Bedeutung auch nur ansatzweise bewusst bin. Ich bin auf mich selbst gestellt. Scheinbar hatte ich Glück. Denn als ich aufwachte, fand ich mich in einer Bucht wieder. Das muss Enderall sein. Ich fühle mich eigenartig, sowohl fiebrig und schwach, als auch stark und klar. So als hätte mein Leben über einen Schleier vor meinen Augen gehangen, der nun verschwunden ist. Außerdem erinnere ich mich an einen seltsamen Traum, den ich vor dem Erwachen hatte. Hängen geblieben sind allem voran die Worte jener verschleierten Frau. die Syrius und mich im Bug überwältigt hat. Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Fest steht, ich brauche Antworten. Und ich finde die am ehesten auf dem Festland. Also doch kein Traum. Kriege ich hier eigentlich irgendwann mal ne Waffe? Okay, das ist schon mal gehen. Ah, das ist laufen. Apropos Schleier. Vielleicht. Entweder habe ich gerade Krebs oder so. Oder vor mir ist irgendwo ein Schleier. Ich sehe da irgendwie komische Streifen. Warte hier gerade nicht alles schwarz? Okay. Ich glaube, irgendwo stimme ich mir nicht. Die Rhyne. Wie in der Vision. Ach. Der Klassiker. Ja. Und wie immer. Letterspiel. Das Lustige ist die Zwischensequenzen und die Ladebalken. Die kann ich nur auf meiner Aufnahme sehen, aber nicht auf meinem Bildschirm. Mein Bildschirm ist jetzt gerade schwarz. In der Aufnahme seht ihr den Balken. Ist das ganz seltsam. Oh. Dweberruin. Eure Fähigkeiten verbessert ihr mit Lehrbüchern. Nehmt das Buch. Zu euren Füßen. Das hier? Lehrlingsbuch Einhandkampf. Tut mir leid. War das dein Buch? Nehmen wir die Spielsacke noch mit, ne? Oh. Oh. Gibt's hier Bogen? Fernkampf. Ja. Je höher der Fernkampf, desto mehr Schaden richtet ihr mit Fernkampfwaffen an. Fernkampf unterliegt den Erinnerungen des Gauners. Oh. Gauner. Dankeschön. Etwas fehlt euch, ohne den Mechanismus zu aktivieren. Was für Mechanismus? Ich find's cool, dass ich hier keine Questmarkierung habe, muss ich ehrlich sagen. Hat was. Normalerweise läuft man einfach nur von A nach B und sammelt die Markierung ein. Bist du vielleicht irgendwas für mich? Ohne einen Schlüssel. Wer weiß, wozu das gut ist? Erstmal alles klauen, wo es möglich ist. Wie sieht's mein Inventar aus? Ah, ich hab meine Kleider immer noch. Juhu. Und die Spitzhacke kann ich bestimmt als Waffe verwenden, ne? Kriegs-Axt. Ja. Okay. Das ist eine Kriegs-Axt, gut. Tun wir mal so, als wäre das wirklich so wahr. Das ist doch der Skelettschlüssel, oder? Uh. Achso, anders wäre ich nicht rübergekommen. Achso. Ich verstehe. Gut, dass ich schnell noch gerafft habe, was los ist. Ich will meinen Bogen haben. Ich fühle mich so schlecht ohne Bogen. Wir werden auf jeden Fall wieder einen Bogenschutz machen, wenn es so etwas geben sollte. Es ist nur eine Gewohnheit mit Maus und Tastatur, aber mal gucken, vielleicht kriege ich das hin. Wir gehen erstmal hier lang. Mal gucken, was wir hier so finden. Mal gucken, was wir hier so finden. Oh Gott, ist das ein Labyrinth? Vielleicht sollten wir doch da zuerst lang gehen. Nein. Der entfernteste Weg ist immer der richtige. Hoffe ich. Bestimmte Gebiete, Heilsauber und Heiltränke erhöhen eure Arcan-Fieber. Was? Alte Hobe. Erdung. Fangreis. Ambrosia. Rolle der Wohlfahrt. Oder Wohlfahrt. Was? Was? Ein arcanisches Fieber steigt irgendwann. Was das auch immer ist. Ist das jetzt was Gutes, was Böses? Arcanistenfieber. Das hört sich ziemlich krank an, deswegen gehe ich da mal weg. Also was haben wir hier? Spitzhacke. Ambrosia. Stellt Gesundheit wieder her. Heilt euch um 35 Lebensenergie. Ein Hand um 1 auf 16 erhöht. Neuer Zauber erlernt. Erdung. Wo finde ich die? Aber wo finde ich die Erdung? Oder muss ich da auf H drücken? Äh, Abenteurerin. Steuerung. Charaktermenü. Perspektive wechseln. Springen. Sprinten. Talent. Macht. Schleichen. Rennen. Immer Rennen ein. Automatische Bewegung. Favorit. Schnell speichern. Warten. Tag hoch. Schnelle Magie. Schnelles Inventar. Das T-Menü. Oh, keine Ahnung. Gehen wir mal zurück. Ich weiß nicht, was ich hier tue. Aber ich tue es erstmal. Einfach nur um herauszufinden, was zum Teufel ich da tue. So, wir sind zurück hierher. Was machen wir hier? Was bringt das? Drescht ihr einen Gegner mit eurem Schild? Besteht ein... Ach so. Ach, das sind die... Oh. Tiefenkonzentration. Die Erinnerung der Disziplin. Aha. Aha. Okay, das sind die Talentbäume hier. Stufe 1 freischalten. Ein Erinnerungspunkt. Gut. Diese Erinnerung schaltet alle Magie-Disziplinen für euch frei. Außerdem erhaltet ihr Dauer auf der erhöhte Mana-Regeneration sowie das Talent-Fokus, das kurzfristig die Mana-Kosten für Zauber aller Art und... Nee, 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 nee. Wo ist mein Pfeil-und-Bogen-Attribut? Diese Erinnerung schaltet alle Schurkendisziplinen für euch frei. Eure Ausdauer regeneriert sich fortan um 20 Punkte schneller und ihr erhaltet das Talent-Schatten-Des-Windes. Das euch kurzfristig leiser schreiten lässt und eure Chance auf einen kritischen Treffer erhöht. Oh, Stufe 1. Prozent erhöhte Chance auf kritische Treffer für 25 Sekunden. Oh, gut. Somit haben wir uns einen Talent-Baum ausgesucht. Sehr schön. Gucken wir, was wir als nächstes machen könnten. Diese Erinnerungen des Vergabunden schulen euch im Umgang mit Giften, Tinkturen sowie den Einsatz leichter Rüstungen. Die Erinnerungen des Gauners vereinen das effektive Führen des Bogens mit dem Knacken von Schlössern. Bogenschützen richten 12% mehr Schaden an. Okay. Das ist schön, das ist schön. Da wissen wir schon mal, welchen Baum wir nehmen. Die Erinnerungen des Infiltrators verbessern eure Fähigkeiten zu schleichen, eure Rhetorik und euer Taschendiebstahl. Stufe 1. Die Wahrscheinlichkeit, mit der euch Gegner im Schleichen erkennen können, sinkt um 15%. Eure Beise bei Händlern verbessern sich um 7%. Okay. Alle recht wirkungsvoll, ne? Alle drei. Und wie hoch das geht. Nice. Gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Cool. Tschüss. Faktisch nur, wie ich die ganzen Zauber und so aktiviere. Ich weiß es nicht. Das muss ich erst zeigen, wie das Ganze funktioniert. Na gut. Huh. Faktisch. Meditation. Bewegt euch kurzfristig, erheblich leiser und erhaltet einen 27% der Chance aus Skritten. Okay. Blitze, die 7 Punkte Blitzschaden und halb so viel Mana Schaden pro Sekunde verursachen. Ja, okay. Kann ich doch irgendwie auf 1 setzen oder so? Ach, das ist... Und das setzen wir mal auf die Seite. Ähm. Verwirrt. Ähm. Und das setzen wir mal auf die rechte Seite. Ah, okay. Fuh. Das ist ein bisschen irritierend, ne? Moment. Gut, dann setzen wir Magie auf die linke. Das ist da... Hä? Das stimmt irgendwas nicht, Freunde. Das ist ja wohl die meine... Das hier ist wohl meine rechte, ne? Aber ich klicke auf die linke Maustaste. Das stimmt doch irgendwas nicht. Steuerung, Alter. Hä? Geht doch die ganze Zeit auf Steuerung. Wollt ihr mich verarschen? Sag mal. Okay. Da. Linke Hand. Rechte Hand. So, jetzt ist es richtig rum. Okay, sonst... Das ist... Das ist sonst ein Mindblower. Kannst du nicht machen. Ich weiß nicht, ob man normalerweise so Skyrim spielt, aber jetzt haben wir es, glaube ich. Jetzt haben wir es. Ein Bett! Bringt das was zu schlafen? Ein Ende benötigt ihr einen Schlafplatz, um zu rasten. Haltet auch schon noch Betten. Brauche ich das so ganz dringend? Schlafen wir mal so, weiß nicht, acht Stunden? Was auch immer das gebracht hat, das Schöne an der ganzen Geschichte ist, ich habe einen Bruch. Oh ja, jetzt fühle ich mich gut. Okay, ich verstehe. Dann ist das jetzt schießen. Kann ich den Fall gleich wieder einsammeln? Es geht los, Freunde. Herr Bogenschütze, er ist wieder da. Und drückt die falschen Tasten. Das ist ganz normal. Ganz, ganz normal. Hängemus, nehme ich mit. Komm, gebt mir Gegner. Gebt mir Gegner. Ich will Gegner. Die Leute wegwacken. Die Leichen und das Licht, sie sind fort. Was für Leichen? Lüchte ich auch. Hm. Ich vermute mal, die Leichen sind wieder aufgestanden und wollen mich jetzt töten. Ist aber nur eine Vermutung. Diese Maschine, warum wirkt sie so vertraut? Weil wir sie in Skyrimsoft benutzt haben. Deswegen. Okay, Schleichen bringt wahrscheinlich momentan nicht viel. Soll ich da etwa runter? Wie bist du denn? Weiß Pranke. Ich glaube, wir müssen runter. Ach, da war auch ein Weg. Ja gut. Konnte ich auch nicht wissen. So. Jetzt müssen langsam hier Gegner aus auftauchen hier. Geht ja gar nicht. Ich sehe Schatten. Ich glaube, das sind Füße. Nein, es ist einfach nur eine Mühle. Okay. Ach, das ist nur die Windmühle. Die macht solche Geräusche. So. Gesundheitstrank nehme ich. Kelch nehme ich zum Verkaufen. Noch ein Spitzacker zum Verkaufen. Solange ich Sachen zum Verkaufen finde, bin ich glücklich. Mana-Trank. Was? Was ist passiert? Ich folge mir nur mein Zauber angucken. Achso, das Ding ist hochgefahren. So. Ich komme hier mit dem Inventar noch nicht klar. Da, Wohltat. Heilt euch in 35 Punkte. Achso. Heilt die, äh, den Zaubernden 6 Punkte die Sekunde. Verschlimmert Arkanistenfieber um Prozent. Ja, Arkanistenfieber ist was Schlechtes. Hallo? Wo ist es jetzt hier mit meinem Bogen? Geht's noch? Ich glaube, es ist zu spät. Ich werde gesehen. Was bist du denn? Wieso mich? Ich glaube, ähm... Achso, noch gar nicht. Stimmt. Okay. Du warst mal ein Troll, habe ich gedacht. Und denke ich mir mal. Aber du kommst nicht auf diese Seite, weil du dich immer die ganze Zeit ärgerst. Seht ihr, Freunde? Das passiert, wenn ihr euch ärgert. Wenn ihr euch ärgert, dann kriegt der Gegner mehrere Free-Hits auf euch. Ich verarsch dich einfach. Tschüss. Okay, jetzt habe ich auch ein Problem. Lauf, 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 lauf. Verarscht. Ich verwirrte jetzt es. Ich glaube, ich treffe ihn nicht. Ich glaube, den hätte ich nicht besiegen müssen. Ich glaube, ich hätte mich einfach nur vorbeisteigen sollen, ne? Egal, ich mach die jetzt kaputt. Digga, ich mach die kaputt. Es beginnt, die Verarschungsaktion. So. Ich will nur mal kurz in die Ruhe gucken, ja? Silberschlüssel, Kohle, Hammer und Bauplan, Lederhelm. Cool. Lauf doch nicht weg. Wir haben hier ein Deal. Ich glaube, den kann ich gar nicht töten, oder? Der regeneriert sich irgendwie, wenn er sich ärgert. Okay, wenn ihr euch ärgert, regeneriert ihr Leben. Oh Gott. Keine Pfeile mehr. Okay, dann probieren wir es auch mit der Spitzsäcke. Komm her. Ich mach dich sowas von Kaukornis. Vielleicht soll ich die Sprecher. Neuer Spielstand. Ich kann ihn nicht besiegen. Ich meine, er ist dumm. Ich kann ihn nicht besiegen. Nein. Nur, nur, nur rechts. Okay. Ah, das ist doch nicht rechts. Wollt ihr mich verarschen? Oh Gott, der tötet mich gleich. Sprech. Sprech. Gott, das bin. Scheiße, ich steck fest. Easy. Esst Mana-Pilze, trinkt Getränke, oder? Ja, ja, komm. Magie ist ja mal voll OP. Was ist denn los hier? Ähm, erhöht eure Tragefähigkeit dauerhaft. Okay. Cool. Wissen wir Bescheid. Okay, Magie ist stark. Magie ist definitiv stark. Und ich versuche ihn da irgendwie zu beömmeln, weißt du? Mana-Pilze. Ihr habt Erfahrungspunkte erhalten. Uh, 130 von irgendwas. Cool. Gut, wir haben unsere Pfeile zurück. Und wir merken, Magie ist geil. Okay. Werde ich aber nur zu zwischendurch einsetzen. Das ist mir doch vielleicht ein bisschen zu OP. Oder vielleicht später sogar viel zu schwach. Wenn wir es richtig angehen, dann wird unser Bogenschütze schon stark genug. Dann müssen wir uns keine Sorgen machen. Ne, Leiche. Was sagst du so schön ist? Ein Amethyst. Anderell Groschen. Cool. Krustbrot. Kleidung. Messer. Apfel. Schule. Sehr schön. Wir sammeln noch ein paar Pilze ein. Ich will das Ganze zuerst verkaufen. Weil ich bin kraftgierig. Wisst ihr ja. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.